Herzlich Willkommen auf unserem YouTube-Kanal Auswanderer-Kürkei. Euch interessieren Videos rund um Siede, Kumkui und Efrenseki, dann seid ihr hier genau richtig. Wir möchten heute für euch mal hier in Siede die Altstadt und den Hafen besuchen. Also kommt doch einfach mit. Am Ende des Videos möchte ich euch heute nochmal erzählen, wie das hier so den Corona-Regeln ist und wie sie behandt haben wollen. Also schaut das Video unbedingt bis zum Schluss. Bis zum nächsten Mal. 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 So, ihr habt gesehen, hier in der Altstadt wird sehr viel gebaut. Also ist eins gewiss, bei eurem nächsten Urlaub gibt es hier sehr viel zu entdecken. Wenn ihr hier Urlaub macht, dann bucht am besten über den Link in der Videobeschreibung. Wie versprochen, jetzt nochmal, was ist hier in Siede, also von einer Corona-Pandemie merkt man hier nur was im Nahverkehr und im Supermarkt. Hier gibt es hier in Siede, da gibt es hier in Siede, da gibt es hier in Siede, da gibt es hier in der Hochzeit, da gibt es hier nicht möglich gewesen. Wenn ihr genug von dem, wenn ihr genug von dem Regelwerk in Deutschland zum Thema Corona habt, dann kommt einfach her und genießt, wenn ihr den Flughafen verlassen habt, spielt Corona hier keine Rolle mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst bitte nicht den Daumen nach oben. Ciao, sagen eure Auswanderer aus Siede. Ciao, sagen eure Auswanderer aus Siede.